Wir haben uns heute bei der Regierungssitzung intensiv mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie beschäftigt. Seit acht Monaten kämpft die ganze Welt gegen die Folgen der Corona-Pandemie. Und wenn man sich die globale Entwicklung der Infektionszahlen ansieht, dann wird klar, dass auch die nächsten Monate für uns alle eine große Herausforderung sein werden. Für uns in Tirol bedeutet das, dass wir uns alle gemeinsam der weiteren Bekämpfung der Corona-Pandemie stellen müssen. Die Empfehlungen der Expertenkommission werden uns dafür eine gute Handlungsanleitung sein. Wie Sie wissen, haben wir vor fünf Monaten den Präsidenten Dr. Rohrer mit der Bildung einer unabhängigen Expertenkommission mit einer Untersuchung der Ereignisse in Ischbült beauftragt. Wir wollten wissen, was gut und was weniger gut gelaufen ist, wo es Defizite gegeben hat und wo wir unser Krisenmanagement verbessern können. Der Expertenbericht liegt uns seit gestern vor. Und bereits heute beginnen wir mit der Umsetzung der Empfehlungen. Eines vorweg, wir sind weltweit das erste Land, dem jetzt schon eine umfassende Analyse über das Krisenmanagement vorliegt und das daraus nun auf die weitere Bekämpfung der Pandemie lernen kann. Zu den Ergebnissen des Berichtes habe ich gestern bereits ausführlich Stellung genommen. Hier noch einmal ganz kurz zusammenfassend die wichtigsten Erkenntnisse aus meiner Sicht. Die Expertenkommission hat eindeutig festgestellt, dass die Behörden bei einer noch nie dagewesenen Krisensituation ein enormes Arbeitspensum bewältigt haben. Auch der Vorwurf, dass man in irgendeiner Weise dem Druck der Wirtschaft nachgegeben hätte, wurde klar entkräftet. Außerdem zeigt der Bericht, dass vieles gut gelaufen ist und es mutige, richtige Entscheidungen, wie etwa die Beendigung der Wintersaison, gegeben hat. Die Kommission sagt aber auch, dass es fachliche Fehlentscheidungen insbesondere zu Beginn der Pandemie gegeben hat, dass Katastrophenmanagement zu sehr auf Naturereignisse und zu wenig auf eine Pandemie ausgerichtet ist und dass es auch Verbesserungspotenzial bei der Kommunikation gibt. Wir nehmen die Empfehlungen des Berichtes sehr ernst. Schließlich geht es darum, für die Zukunft die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ich darf Sie daher informieren, dass wir die Empfehlungen der Kommission umsetzen werden. Dazu haben wir einen Grundsatzbeschluss heute gefasst, der im Wesentlichen zwei Bereiche betrifft. Erstens richten wir ein Tiroler Krisen- und Katastrophenmanagementzentrum ein mit einem neuen Landeskoordinator für Krisen- und Katastrophenmanagement in Tirol. Integraler Bestandteil dieser Neuaufstellung des Krisen- und Katastrophenmanagements ist es, die bisherigen Krisen- und Katastrophenpläne für die aktuelle Pandemiesituation komplett zu überarbeiten und neu zu gestalten. Mit der organisatorischen Konzeption und Umsetzung haben wir eine eigene Expertengruppe unter der Führung von Elmar Rizzoli beauftragt, der auch heute heranwesend ist. Ihm zur Seite stehen Vertreter der Blaulichtorganisationen, der zuständige Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler, der Experte Bruno Hersche und General Ottmar Komenda. Zweitens hat die Tiroler Landesregierung die Einrichtung einer Expertengruppe zur Weiterentwicklung und Neuaufstellung des Tiroler Gesundheitswesens beschlossen. Dafür gründen wir eigens eine neue Landesdirektion für Gesundheit, an deren Spitze künftig ein Landesdirektor, eine Landesdirektorin für Gesundheit stehen wird. Damit werden zukünftig alle fachlichen und rechtlichen Belange des Gesundheitswesens gebündelt und unter eine einheitliche fachliche Führung gestellt. Für diese Expertengruppe steht uns Universitätsprofessor Dr. Günther Weiß zur Verfügung, bedanke mich sehr herzlich. Weiters in dieser Gruppe vertreten werden sein zum Beispiel Ärztekammer, Gesundheitskasse, der zuständige Landesrat und medizinische Expertinnen und Experten. Sie sehen also, die Tiroler Landesregierung nimmt den Bericht der Expertenkommission sehr ernst und leitet die Umsetzung ihrer Empfehlungen unvorzüglich in die Wege. Wie wichtig das alles ist, zeigt allein schon ein Blick auf die aktuelle Corona-Situation. Überall steigen die Infektionszahlen wieder stark an. EU-Staaten wie Frankreich oder Deutschland melden Rekordzuwächse. Städte wie Madrid befinden sich erneut im Lockdown und auch wir in Tirol haben die Marke von tausend Infizierten heute überschritten. In Anbetracht, dass 45 Patientinnen und Patienten, die mit heutigem Stand in unseren Spitälern behandelt werden müssen, acht davon in der Intensivstation, werden Kritiker Folgendes sagen, Das ist ja eigentlich nicht so dramatisch. Es gibt keinen Anlass zur Sorge. Ich aber sage, unsere Infektionszahlen sind zu hoch und müssen so schnell es geht gesenkt werden. Jetzt liegt es an uns allen, einen Beitrag zu leisten, damit die Zahlen rasch wieder nach unten gehen. Diese Pandemie ist real und wenn wir tatenlos zusehen, ist das fatal. Denn es hängt von unseren Infektionszahlen ab, ob der Wirtschaftsstandort Tirol stabil bleibt und nicht Zehntausende Tirolerinnen und Tiroler ihren Arbeitsplatz verlieren. Dafür benötigt es eine gemeinsame Kraftanstrengung. Diese Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei. Die nächsten Wochen und Monate werden entscheidend sein. Umso wichtig ist es, dass wir aus der Vergangenheit lernen. Die Ergebnisse und Empfehlungen des Berichtes liefern dafür eine wichtige Grundlage und wir werden daraus auch die richtigen Schlüsse für die Zukunft ziehen.